Wie extrudiere ich nun solche Grundformen? Wie kann ich jetzt hier in den Raum hineingehen? Nachdem ich die Skizze beendet habe, bin ich jetzt wieder in dieser Hauptansicht und kann jetzt hier oben bei Volumenkörper auswählen Extrusion. Ich könnte auch den Shortcut E nehmen und ich bin mit Shortcuts dann irgendwann viel schneller wie da mitten anklicken, aber zu Beginn natürlich klicke ich jetzt hier nach oben auf diese einzelnen Icons drauf. Das heißt, ich gehe hier auf Extrusion, dann verlangt er von mir hier folgendes und zwar will ich eine Extrusion machen, eine dünne Extrusion und vor allem welches Profil auswählen. Und ich probiere jetzt einmal beide Extrusionsarten aus und wir schauen einmal, was dann passiert. Ich verwende jetzt so ganz den Standard, wie er kommt, wenn ich auf Extrusion klicke. Ich muss nur noch das Profil auswählen, das ich extrudieren möchte. Und jetzt kann ich mit Hilfe von diesem Pfeil oder der genauen Eingabe eines Wertes im Millimeter kann ich dann eben das extrudieren. Also entweder ziehen oder ich sage, das soll genau 42 Millimeter hoch werden. Dann kann ich das auch direkt eingeben und mit Enter bestätige ich dann, dass ich hier das Extrudieren abschließen möchte. Und man schreckt sich immer bei Fusion gerne, dass auf einmal immer irgendwie alles weg ist, was man gerade gemacht hat. Jetzt ist nur mehr der Körper da. Keine Sorge, hier links befindet sich alles, was wir gemacht haben. Und was jetzt passiert ist, ist, die Skizze hat sich jetzt hier auf nicht sichtbar gestellt. Und sobald ich hier wieder aufs Auge drauf klicke, kommen wieder alle Formen, die ich hier in dieser Konstruktion habe, wieder zum Vorschein. Also bei sowas, wenn etwas verloren geht, immer schauen hier links, ob auch wirklich alles da ist. Man kann auch bewusst danach Körper ausblenden. Das ist ganz wichtig, damit man eben Platz hat und sieht, wo man jetzt konstruieren möchte. Es ist ganz gut, den Körper auszublenden, weil er nämlich hier immer auf diese Flächen auch schaut mit der Maus. Gehe ich das weg, dann markiert er mir hier nur den Kreis und nicht die restlichen Körper. Also wenn etwas verschwindet, dann ist es sicher hier nicht sichtbar gemacht worden. Entweder automatisch oder unabsichtlich selber oder bewusst selber. Und jetzt machen wir das Ganze nochmal die Extrusion. Ich nehme jetzt hier dieses 1, 2, 3, 4, 5, 6 Eck her und extrudiere das Ganze. Das heißt, ich gehe auf Extrusion und wähle jetzt aus Dünne Extrusion. Und wähle jetzt wieder ein Profil aus. Jetzt schauen wir mal, was hier passiert. Okay. Er kann hier automatisch nur eine bestimmte Breite am Rand extrudieren. Das können wir dann hier auch einstellen und zwar mit der Wandstärke. Das heißt, er lässt mittlerweile zu und das ist relativ neu jetzt und das gibt es noch nicht lange. Ich kann gleich mit einer vorgegebenen Wandstärke das Ganze extrudieren, indem ich jetzt hier zum Beispiel 3 mm eingebe und hätte jetzt nicht eine komplette Extrusion für einen geschlossenen Körper, sondern hier, hier heißt es Dünne Extrusion, also eine Extrusion mit einer Wandstärke. Dann kann ich auf OK gehen. Und was passiert jetzt? Ich habe jetzt keinen Boden, weil er nur die Wand extrudiert hat und müsste jetzt den Boden unten selber nochmal neu machen. Ich könnte den Boden jetzt extra machen und zwar gehe ich wieder auf Extrusion, wähle nochmal hier unten die Fläche aus und sage jetzt normale Extrusion und ziehe jetzt nach oben. Und was jetzt passiert ist interessant, wenn wir in eine vorhandene Extrusion extrudieren, klingt jetzt sehr technisch, aber wenn wir quasi hier nach oben ziehen, erkennt ihr, warte mal, da ist ja schon was, dann glaubt er, dass ich das wegschneiden möchte. Ich möchte es aber nicht wegschneiden, nicht ausschneiden, sondern ich möchte es gerne verbinden. Und wenn ich es verbinde, dann akzeptiert er, dass hier was dazu kommt. Das heißt, diese Extrusion, die jetzt hier nach oben geht, kann ich aussuchen, wie hoch das raufgehen soll, die wird jetzt verbunden mit dem restlichen Körper, der schon da war. Also rot bedeutet immer, er schneidet was aus und verbinden oder neuer Körper fügt was hinzu. Und hier ist natürlich verbinden so die richtige Wahl, weil ich ja gleich das alles miteinander verbinden möchte. Das heißt, ich mache jetzt hier einen 1 cm, also 10 mm dicken Boden rein, bestätige mit OK und habe jetzt hier mit der dünnen Extrusion die Wandstärke bestimmt nach oben gezogen und dann mit einer extra Extrusion von der Grundfläche unten, vom Sechseck, habe ich dann nochmal 1 cm extra rauf extrudiert mit einer normalen Extrusion. Und hier aufpassen, sobald rot angezeigt ist, schneidet er das eigentlich weg. Dann hätten wir jetzt ein 1 cm geköpftes Ding. Und in dem Fall haben wir das jetzt eben nicht, sondern wir haben verbunden und das ist jetzt rausgekommen. Das ist interessant deswegen, weil wir haben ja schon mal kennengelernt, die Schale. Und die will ich jetzt kurz nochmal zeigen und dann auf den Unterschied der beiden Arten dann eingehen. Das heißt, ich mache jetzt nochmal eine Extrusion und zwar jetzt hier mit diesem Gebilde, weil dann kann man nämlich gleich die Vorteile von so einer Schale auch zeigen. oder das wird auch jetzt hier mit einer dünnen Extrusion funktionieren. Und zwar, es geht ja darum, das ist schon sehr komplex, wir haben hier Rundungen drinnen und wir haben ja gleich sehen, was passiert. Ich gebe das jetzt auf 50 mm, 5 cm hoch und bestätige mit OK. Und ich kann jetzt dann hier sagen, okay, ich möchte das gerne aushüllen als Schale und gehe da drauf, also schale, dann da drauf auf die oberste Fläche und kann jetzt hier die Dicke der Wand bestimmen und sagen wir 3 mm. Jetzt ist es so, dass hier nicht nur die Wandstärke 3 mm ist, sondern auch automatisch der Boden 3 mm hoch ist. Und wenn ich jetzt eine andere Bodenstärke möchte, kann man hier schon überlegen, ob ich nicht zuerst eine dünne Extrusion mache, wo ich nur die Wand hochziehe und anschließend dann den Boden extrudiere auf die gewünschte Dicke, die ich möchte. Das sind aber Dinge, da gibt es kein richtig oder falsch. Wenn man auf die Form kommt, die man haben will, dann ist es auf jeden Fall richtig gemacht worden. Das ist nur verschiedene Wege, wie man dort hinkommt. Manches Mal ist es für einen Workflow besser, wenn man eben das oder das andere verwendet. Sobald ich das jetzt habe mit den 3 mm und bestätige, habe ich jetzt hier eine Schale mit der Bodenstärke 3 mm und auch der Wandstärke 3 mm und man sieht, Fusion ist es ja vollkommen egal, ob das jetzt hier geraden sind oder hier so Rundungen. Er macht das einfach genauso, wie ich mir das vorstelle, dass er es hier auch rund extrudiert und es ist dann tatsächlich auch rund, also abgerundet hier. Und so kann ich einmal so Schalen basteln, und einmal so kleine Gefäße daraus basteln. Das ist einmal die Grundidee vom Extrudieren. Ich kann quasi in die Höhe gehen und eben gerade nach oben extrudieren. Und was man mit diesen Extrusionen, vor allem mit seinem Vollkörper, dann noch anstellen kann, das kommt dann gleich im nächsten Video.